so heute möchte ich mal geo arbitrage vorstellen die wenigsten werden wahrscheinlich wissen was das überhaupt ist und vielleicht ist es auch ein mittel zum zweck um sag ich mal ja stressfrei auszuwandern ohne dass man irgendwie finanzielle in finanzielle nöte kommen könnte und von daher möchte ich einfach mal ein paar sachen teilen ein paar anregungen mitgeben ja wohin man auswandern könnte wenn man sagt okay ich gucke jetzt ich muss jetzt auf mein budget schauen und das reicht nur so und so viele jahre sage ich mal klar immer die voraussetzung sage ich mal man bringt schon etwas mit ja man löst sich von allem in deutschland man hat ein bisschen was auf seite geschafft und da ist so die erste anlaufstelle eigentlich ja wie soll ich sagen erst mal alles aufzulösen und die meisten menschen sind überversichert ich meine ich kenne das ja ich komme aus der branche wir versichern alles in deutschland komplett ja vom hund katze über was war sich rente und die reise die waschmaschine her das auto sowieso ja das besten versichert das auto und aber letztendlich ja wenn wir mal ehrlich sind wenn wir jetzt 100 jahre auf seite legen oder haben jetzt zehn jahre gespart in der versicherung oder irgendwie etwas anderes sind wir mal ehrlich was bleibt 40 jahren noch übrig das muss jeder für sich selber wissen ist keine finanzberatung hier aber ich würde mich das mal durch den kopf gehen lassen auch bausparverträge oder sonst was eine immobilie alles bricht gerade ein ja wir haben die größte vermögensumstrukturierung dies jemals gab und die meisten sitzen jetzt auf einer immobilie vielleicht mit einem kredit und leider ist es meistens so dass diese immobilien jetzt so viel an wert verloren haben und selbst wenn dieses verkaufen würden würden die das nicht rausbekommen was sie rein was sie gerade abbezahlt haben und das ist gerade das schlimme jetzt kommt jetzt wenn da noch die zinsbindung ausläuft dann sieht das ganze noch schlimmer aus also katastrophal weil man auf die falschen sachen gesetzt hat falsche prioritäten sag ich mal und weil man auch reingelegt wurde in irgendeiner art und weise wurden wir anerzogen dass wir sagen müssen okay wir nur wenn wir eine immobilie haben ein kredit haben wir ein haus haben dann sind wir anerkannt und das wird in der gesellschaft steht es halt hier ganz oben und ja und jetzt fällt es uns auf die füße ja deswegen mobil ich will mobil bleiben und da mache ich mich nicht immobil mit einem objekt und ja so geht es anders so jetzt will ich einfach mal ein paar länder zeigen wie die in frage kommen oder überhaupt mal ein vergleich dass wir sehen was sind denn hier die unterschiede eigentlich ich hoffe ich mache das mal ein bisschen größer hier dass man es auch schön sieht so also wir haben hier oben immer monatseinkommen das würde ich jetzt einfach mal weglassen das ist erstmal uninteressant aber der kaufkraftindex so und wenn man jetzt hier mal vom müssen jetzt mal von der basis basis wert schaffen hier deutschland 100 ja so dann kann ich zum beispiel im iran ist der ist der index bei 6,9 da kann ich wahrscheinlich viel viel günstiger leben wie in deutschland oder wie in luxemburg ja hier mit 134 index punkten norwegen ist auch darüber was haben wir hier noch in was ist noch hier so auf niveau deutschland gut italien ist günstiger sparen ist auch günstiger portugal was noch teurer ist ist signapur katar haiti sehr sehr günstig wenn einer sagt ich habe überhaupt keine kohle dann ja haiti ist vielleicht ein ziel ich weiß es nicht man muss auch immer gucken die kriminalitäts raten aber da mache ich noch mal ein anderes video drüber weil es auch interessant ist südafrika sehr beliebtes auswander ziehe sage ich mal ein bekannter von mir ist da ausgewandert hat dort eine firma gegründet ein haus gekauft läuft alles anders wie in deutschland die wundern sich auch was in deutschland los ist nigeria philippinen also es gibt sich länder auf der welt wo wo man sagen könnte okay ich habe jetzt nur 1000 euro aber diese 1000 euro bestimmen jetzt eigentlich nicht meine lebensstandards sondern die entscheidung wo ich hingehe das regelt dann mein 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 lebensniveau sag ich mal ja auf welchem niveau kann ich da leben und wenn ich jetzt einfach mal muss ich stelle den link dann eh online dann könnt ihr selber gucken türkei ist zum beispiel auch noch ein sehr beliebtes ziel ist ja auch um die hälfte nicht um die hälfte günstiger will ich sagen aber wahrscheinlich schon ich kenne viele die mieten sich eine richtig coole bude mit 100 quadratmeter für 4500 euro kommt natürlich darauf an wo das ist in den metropolen eher jetzt nicht aber da muss man sich halt anderweitig umschauen ja ansonsten wenn ich jetzt mal nur weil viele gehen nach thailand ja das habe ich jetzt auch mal hier ein beispiel hier kann ich ein 220 quadratmeter haus für 500 euro kann ich mieten und das ist natürlich wer sagt ihr habt eine familie braucht platz vielleicht ist dann thailand das richtige also man muss einfach ein bisschen man darf nicht in diesen grenzen denken diese grenzen wurden uns implementiert aber letztendlich selbst wenn wenn man sagt okay familie dies das jenes wenn du das schlau anstellst kannst du dann kindergeld mit in irgendwelche länder nehmen das ist so man muss da nur ein bisschen clever sein und mal out of the box denken wir haben verlernt out of the box zu denken wir denken immer gleich in den mustern die uns halt beigebracht wurden aber letztendlich wenn wir mal out of the box denken dann dann kommen wir auch weiter im leben und wie gesagt ich habe jetzt kann natürlich hier nur sagen kroatien viele wissen dass ich in kroatien bin das suche ich jetzt mal alphabet ist es nicht geordnet so wo ist denn kroatien das ist interessant suchen kann ich sie auch nicht also ich gucke jetzt noch einmal durch wenn ich nicht finden dann lasse ich tschechien vielleicht so ähnliches niveau 64 polen 58 vielleicht hat es einer schon gesehen wenn ihr das im nachgang schaut aber ich finde es nicht hier ist es nicht drauf ich kann sagen kroatien ist in sachen miete im sommer teuer im winter günstig und wenn man da ein bisschen flexibel ist dann kann man sich das zu nutzen machen ja auch als kleine anregung wenn ich sage ich habe ein haus hier oder irgendwie so zwei familienhaus oder eine einliegerwohnung macht baue ich die als feld fällen wohnung um und die ferienwohnung die kannst du dann für 100 euro am tag im sommer vermieten ganz easy kriegst einkommen reduzierst du deine mietkosten weil wir machen sie genauso so was ist vielleicht ein haus jetzt habe ich das steuern steuern ist auch noch so ein thema wo sind die höchsten steuerabgaben auf der welt belgien ganz vorne und danach kommt schon deutschland wer hätte gedacht aber ich glaube die schaffen das noch auf platz eins wir sind weltmeister im geld vernichten im im krank werden sind wir weltmeister wir haben die höchsten raten krebsraten wir haben die höchsten psychiatrischen die höchste anzahl an psychiatrischen einrichtungen auf der welt wir haben keine gesunden menschen mehr also deutschland läuft wir haben die höchste burnout rate mit wahrscheinlich deswegen also hier kommen auch noch auf platz eins danach italien frankreich polen australien russ britannien blablabla so dass das hier das interessiert mich gar nicht weil wenn ich auswander will ich nicht in ein neues system hier ein deswegen meine staatenlos ich dann mein staatenlos status sage ich mal mit der begünstigt das ganze noch weil da muss ich nicht hier auf diesen quatsch schauen muss keine steuererklärung abgeben wenn ich mich da ein paar regeln halte dann kann ich diese status unendlich so weiterführen und das ist so erstmal für mich die erste wahl ja und danach kann man immer noch schauen wenn man sagt okay vielleicht so ja südafrika türkei würde für mich infrage kommen da würde ich vielleicht sogar eine firma gründen oder mich selbsthaft machen aber in europa jetzt erst mal nicht genau deswegen so das wollte ich einfach nur mal so mitteilen dass man einfach auch auf der box denken sollen wenn wir sagen wir haben nur so ein gewisses budget zur verfügung monatlich woher das kommt wo die auch immer ich sag halt auch jetzt gerade sind sind die größte chancen ja die märkte sind am boden die zinsen sind so hoch wie noch nie auf der anderen seite tut es erst mal weh aber ganz ehrlich was macht ein cleverer investor der investiert nicht wenn alle hurra schreien ja wenn alles super läuft ja dann investiert ein kluger investor nicht der lässt die finger davon ja und dann kommt die masse rein die masse macht es wenn wenn die medien schreien bitcoin ist dann sollte man nicht investieren so auf der anderen seite wenn ich sage wenn wenn es weh tut wenn die depression am höchsten ist dann sollte ich investieren soll jetzt hängt hier mein bild ein bisschen das mal kurz hier weg machen genau also wann investieren wir wenn es weh tut wenn alles scheiße läuft wenn alles aua schreien dann sollten wir investieren alles andere wirst wahrscheinlich geld verlieren so und jetzt sind die besten möglichkeiten sage ich mal kann man sich zunutze machen wie gesagt ich habe noch ein crypto channel schau da mal rein kann man auch ein passives einkommen generieren wenn man es klug anstellt es gibt so viele möglichkeiten geld zu verdienen und wie gesagt wir müssen einfach mal out of the box denken die wir müssen nicht mal hoch haben wie in deutschland wo anders da reicht vielleicht wenn du nebenjob hast oder so dass du auf dem gleichen niveau bist wenn du wenn du eh eine dienstleistung anbietest das kannst du online machen wenn du kundenstamm hast das kannst du online betreuen es geht immer nur um diese blöde meldeadresse und ganz ehrlich da muss man einfach mal sein hirn einschalten dann kriegt man das auch über die auf die reihe so ja das war es jetzt eigentlich von mir wollte ich noch was zeigen so geo arbitrage das war es jetzt wie gesagt guckt in andere länder wo es günstig ist zu leben wenn ihr unbedingt weggehen wollt ja dann ist das so die die erste statistik die ich aufrufen würde und sagen okay ich gehe jetzt nach den ländern wo ich mit meinem aktuellen einkommen sehr gut überleben kann und sogar gut leben kann höchstwahrscheinlich und in ländern mit einer hohen steuerlast musst du wahrscheinlich mal lochern und ja dann zahlst mut brauchst du halt noch so rentenversicherung dies das jenes aber am ende kommt eh nichts dabei raus weil woher sollen die die sitzen herbekommen wie sollen die geld erwirtschaften ja die versicherungen das funktioniert nicht über 40 50 jahre war ein schönes experiment ist gescheitert wer ein bisschen quer quer gespart hat sage ich mal selbst wenn es nur msc was weiß ich world index oder irgendwie so ohne versicherung oder so steht jetzt immer besser da oder im besten fall in crypto habt ihr ein bisschen was rein ethereum bitcoin hacks stelle ich auch immer vor ja wer früh dran ist der der macht die großen gains das ist nun mal so und wie gesagt diese branche diese crypto branche die kommt ihr jetzt erst noch mit mit web 3.0 jahr ist das neue internet das passiert auch blockchain technik und viele viele kommen da jetzt gerade erst mal rein das heißt dieser markt der wird sich aufblasen ohne ende und wie gesagt aber folgt da meinen crypto kanal so das war es jetzt wieder ein kleiner input von meiner seite ich wünsche euch was bis bald ciao so ja ja